herzlichen glückwunsch zum geburtstag an alle leute geburtstag und herzlich willkommen bei red talk gamble ich spiele heute mal wieder free fire max wer geht hier leider nicht mehr da habe ich schon wieder meine 5000 punkte erreicht gleich am ersten tag deswegen kann ich kein berg mit spielen ich glaube das geht immer nur wenn ich über über handy wahrscheinlich gehen spiel ich spiele dann mal eine runde bettroyal und danach eine runde clash sport dabei ist mit dabei immer würde ich sagen die spaß mit bettroyal ok und die erste runde geht los auch ist ziemlich läge grad gewesen hier da immer noch mal computer vielleicht läuft es jetzt bisschen schneller so springen wir mal raus kai eine waffe eine waffe bitte g36 schön ist das andere eine putti da läuft jemand da ist ein spieler da ist da ist da ist da ist da Das wir hier verstecken. Dann fährt er hintereinander, ausgestiegen und er wird geschossen. Spannend, ich sehe nichts. Ich denke, es ist ein Pilz, den würde ich auch noch gerne essen, ein Pilz. Gibt es denn hier noch irgendwo einen Pilz? Vielleicht da oben. Oh, die Schrottwinter ist auch gut. Aber ich mag diese Maxim und die Torge finde ich ganz gut, finde ich besser. G36. G36. Victor. 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 hätte gerne noch irgendwie ein pilz aber irgendwie die zone wird gleich kleiner einer minute auf wieder wo ich bin gibt es keine pilze das schneit und hier ist der boden schwarz weil es der boden wahrscheinlich nachricht karlatwerfer So 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 what von hinten kommt wir schauen bis zum ende an das auch ein sniper und die maxim hat auch mit allen schluss komplett daumen geschossen ich habe mich auch nicht bewegt ich stand gerade habe da geguckt ob da einer ist ja deswegen stehe ich nicht gerne draußen rum ich gehe lieber immer in haus auf rein so so und schauen wir mal was hat der da ich sehe noch keinen gegner noch sechs stück gibt es ich war ja platz 11 dann so sehr sehr gut ich sie in sie ich sie 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 Ich sehe noch keinen. Ich nehme meine Maus ein bisschen weiter runter. Ach, ist das die Maxi? Doch, das ist die Maxi. Sieht so ein bisschen aus wie Thomas. Oh, nee, das ist die Thomas, ne? Das ist nicht die Maxi. Doch, das ist die Maxi. Ich würde sagen, das ist die Maxi. Ja, die Thomas. Das muss die Thomas sein. Ach, steht ja auch hier oben. Ich überlege und das steht da die ganze Zeit. Ich sehe immer noch keinen. Da ist ein Pilz. Der wurde getroffen. Von wo wurde er geschossen? Der ist bestimmt auf der Brücke, der eine. Da ist er. , es ist eine Bezug? Wir werden hier bei uns einset drown. Das muss man sagen. Da oben. Gegen eine Wand gehen? Ach, wo springt der denn hin? Nee, 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 das hätte ich so nicht gemacht, naja, was soll's, jeder spielt anders halt, ne? Ah. der ist bestimmt oben drauf auf der Brücke also mal schauen wer wird überleben er hier oder der andere also der andere der hat auf jeden Fall die Chance genau die Mitte zu treffen und er hier wahrscheinlich leider nicht weil die Brücke da im Weg ist dann holt schon mal euer Medipacks raus und schaut wer am schnellsten sich regelt kann also ich vermute der andere wird wahrscheinlich gewinnen weil wie gesagt er kann wahrscheinlich nicht genau auf die Mitte und das ist eher in der Zone drin als der andere hat der andere aufgegeben na gut also ich war 7 Minuten und 29 Sekunden am Leben habe 204 Damage gemacht habe mich gar nicht gehealt habe einen Kill gut dann würde ich mal sagen bis gleich wieder zweite Runde achso bin Platz zum 11 und dann spielen wir CS Clash Squad viel Spaß da geht auch schon die nächste Runde los die Clash Squad ich mache es wie immer ich nehme meine Weste und einen Pilz und dann warte ich hier das ist ja einer von mir helft mir first blood und dann Schade, schade. Ich wollte eigentlich noch eine andere Waffe nehmen, aber dann haben wir auf einmal zwei Böse da. Zwei Böse. Ich bin natürlich der Gute. Ist doch klar. Oh, 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 oh. Ah, Mensch. Schade. Da links ist doch einer zum Recken, oder nicht? Ah, egal. Egal. Mal ein bisschen leiser. Meine Ohren, die platzen ja schon gleich. So. Bei denen werde ich jetzt nehmen. Hier wird mir auf Distanz geschossen. Ich nehme die XM8. Und laufe hier hinten lang. Die scheinen alle oben zu sein. Gute Arbeit. Ja, oben. ich habe mich auf mich gewartet so weiter auf aufwerten meine sachen schon kein geld mehr bitteschön jetzt mal hier rein rennen x war das meine maus wieder irgendwie bisher ich habe noch nichts gemacht komisch 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 hier gibt es ressourcen hier gibt es ressourcen ich brauche keine sniper die denken wahrscheinlich dass ich eine sniper brauche hier gibt es ressourcen bei mir halt steht ne sniper und so hier kommt die nehmen sie trotzdem hier 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 Aber die Maus sich hier nicht bewegt, das gibt es doch nicht. Maus sich hier nicht bewegt, was ist denn nur los? Egal, egal, ich mach es jetzt so anders, ich kauf mal hier erst mal die ganze Rüstung, zack, ne, ich spritze nicht, da kauf ich mir das hier, müsste reichen. Binge! Da ist er. Die Runde war aber auch scheiße. Die Runde war. Ich glaube, ich war das schlechteste aus dem Team. Habe ich überhaupt schon einen Schuss gemacht? Ich glaube, ich habe 0 Schade. Bin mal gespannt, wie viel Schade ich gemacht habe. Oh, 900. Ich habe mehr Schein wie Ali gemacht. War trotzdem der zweischlechteste. Hat irgendwie nichts geklappt bei mir heute. Naja, egal, was soll's. Ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Ich sage Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.